Die schöne Tochter eines japanischen Geschäftsmannes wird entführt. Oder etwa nicht? Maria! Sie ist nicht meine Tochter. Es gibt nur einen Weg, um den Fehler zu beheben. Das ist eine fürchterliche Verwechslung. Sie haben Maria entführt, aber sie wollten dich. Hinter uns sind die Kidnapper. Sie müssen schneller sein als die Polizei. Wo ist Maria? Nein! Um mit den Killern verhandeln zu können. Kommen Sie allein. Oder das Mädchen ist eine Leiche. Aber zwei korrupte Polizisten kommen Ihnen in die Quere. Wir wollen auch ein bisschen Geld. Plötzlich befinden Sie sich in einem Krieg mit drei Fronten. Sie werden sie niemals lebendig bekommen. Sie haben versucht, mich abzuknallen. Nicht dich, mich! Von allen verraten. Du hast mich von Anfang an nur benutzt, oder? Gefahr lauert hinter jeder Ecke. Was ist das für ein verdammtes Spiel? Nicht schießen! Louis Vandiver, James Rousseau, Udo Kiel und zum ersten Mal Ray Kukakara. Double Deception $ Concert therein – 17